wir hatten noch nie so wenig war das so feiler feiler linke kiste waren haben wir kein schießpulver mehr bei der bei der werkbank in der beiden beiden händler ich hatte über 100 gemacht 100 schuss lander was ja ich bin ein rucksack nicht mehr scheiße hier wird nicht mehr angezeigt ja ich glaube beim händler war da ist das auch mitgekriegt ich wollte jetzt die proxie bist du drin ich habe ich habe so viel spikes aufgerüstet wie ich eisen hat ist noch irgendjemand draußen warte ich komme ich komme doch ja ausdauer ist halt ja du brauchst nicht springen danke proxie machst du dir noch zu ich habe frames gesetzt du brauchst die einfach nur mit aufwerten du brauchst die einfach nur aufwerten die springen dagegen die machen da ja kein schaden dran geht ja nur darum dass die da nicht rüberspringen ja so ne so wir sind gespannt nehmt euch so ein recog außen links raus 500 range damage was ist das grog grog sie trinkt auch kein alkohol das ist die geschichte von dem schlumpf der immer wolf schrie das war auf dem balkon können oder soll ich zu machen alles gute frage nächste frage macht macht zu wir gehen aufs dach es wird noch 63 schuss drin von 9 mm ja wo ich mir gleich wird noch kurz so wann zieht sich aus um 93 schuss ich habe die maschinenpistole noch leer machen okay dann nehme ich mir auch noch zähne oder so paxe paxe muss sein der bräuwolf in der in der essenskiste wie krok keine ahnung ich nehme es auch wirklich erst um 22 uhr punkt ja falls nicht sogar minimal später einfach nur um zu wissen bei 500 prozent das muss ja ja das wird heute laufen zwei leute mit dem todesbass noch steht dabei wie lange 30 minuten glaube ich eigentlich wenn wir noch 14 minuten ich habe noch vier minuten aber nicht dass ich jetzt ohne todesbass besser wäre ich habe noch zwei punkte zur verfügung ja sie kommen aus nordosten ok nordosten osten und schon mal gleich alles leuchtend hier oh ja ready to rock geil okay ich versuche dann mal ich ich glaube auch nicht dass ich mit der schwarze so viel treffen werde ich bin gerade irgendwo runter oh ja, ich muss mir den fps mal anzeigen lassen, oh ja ja so eine flasche grob macht schon was aus aber wir können nebenbei perken, die kriegen richtig ein level hattest du drinnen jetzt auch noch welche gesetzt? hattest du drinnen jetzt auch noch welche gesetzt? wow ja boah, du kannst kaum zielen mit den mollys 10 fps noch ja, ich bin auch bei 9 rum 20, ich hab 20 fps ja, 17 oh, hundi, hundi die laufen alle rein ja die laufen alle rein oh, das war ein schöner molly das auch oh, ich bin ja, ich bin ja, ich bin Einmal getroffen, der läuft einfach weiter. Okay, da unten ist er noch. Das ist doch besser als so eine normale 17er Horde, oder? Meinst du wann, unten habe ich mehr FPS? Du willst gar nicht wissen, was wir hier noch eingebaut haben. Wart mal auf 1 Uhr ab. Nein. Was? Kein scheiß B-Mod oder so Dreck. Nein, der B-Mod, der war ja langweilig jetzt. Sack mal, ich ziehe die alle nur einmal an, ne? Oh, ich hab nicht mehr zerbitten. Das ist ungünstig. Alter. Oh, perken wir doch mal. Warum nicht, ne? Ja. Wenn es sich anbietet. Wo seid ihr denn? Ach, da wollte er wieder rein, ne? Ach komm. Genau, geht mal hier hinten in die Spikes rein. Da ist ja noch ein bisschen was. Da ist ja noch ein bisschen was. Aber das Besoffensein ist hinderlich. Ja, was ist das? Ja, müssen sie, Thomas. Oh Gott. Boah. Haben wir noch irgendwas? Neun FPS? Ja, jetzt ist es gerade bei mir auch im Fehler gehen. Boah. Oh, da ist ja noch ein normaler Zombie bei. Ja. Sowas gibts auch. Die müssten sich doch eigentlich vorkämpfen wollen. Oh Scheiße, die sind unten im Haus. Boah, echt. Komm, die drinnen hoch hier. Ja. Oh, geil, ja. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Äh. Achtung, ich komm runter. Äh. Vorsicht, da hinten, da hinten, da hinten. Ja. Scheiße. Nein. Nein. Das wird lustig. Alter. Lockiert der mir voll den Weg. Ich glaub's nicht. Ich sag noch runter und dann kommen so. Oh, oh, oh. Jungs, ich glaub wir haben ein Problem. Ja, hab ich. Wir haben ein kleines Problem. Komm ich jetzt an meinen Rucksack. Boah, ruckel, zuckel. Oh. Jetzt gar nicht der Rucksack ist. Scheiße. Endlich wird's lustig. Das nennt er lustig. Nein, nein, nein. Bei mir bleibt die Null stehen. Ja, ich hab auch grad gesehen, wann das dann auf Films waren. Wir werden sowas von drauf gehen. Ja, einfach. Alter Schwede, wir sind im Arsch. Ähm. Wow, ich hab sieben Wasser gefunden. Das ist ja... Wir sind sowas von im Arsch. Wenn der sich da von oben vom Dach runter klopft, durch die Hedge. Wo sind die anderen? Die klopfen sich runter. Feißer. Nein. Scheiße! Nein! Oh fuck! Oh scheiße! Ich muss den anderen an! Geht drauf! Scheiße! Das ist Space Camping! Oh man! Ja jetzt haben wir die Aftage. Ja jetzt haben wir die Aftage. Gott sei der ruhig dabei besoffen. Einer liegt. Aber er lag gerade nur kurz. Das ist ja beruhig. Ja und ich fau zum Spawn und erst mal ein paar Sekunden. Ja. Scheiße! Ja. Ich hab nicht mal den Gewinner gekriegt mal zu schießen. Ich hab grad die Muni wechseln können. Verdammt. Ich hab auch erst mal 10 Sekunden bis man ihn bewegen kann. Wie spät? Wie spät? Wie spät? Wie spät haben wir es in game? 2 Uhr 30. Ah doch schon so früh. Mhhh. Komm wollen wir es lustiger machen? Erscheine beim Bett. Yo! Weißt du wo ich erschienen bin? Ne? Da wo wir eben gecleared haben. Echt? Okay. Sehr geil. Die sind doch jetzt gerade abgerückt, ne? Ja hier kommen auch welche. Ich bin jetzt noch nicht ganz sicher. Wo ich jetzt hinlaufen soll. Kann. Ja noch nicht. Ähm. Also momentan hab ich das Gefühl, dass ich die hier am Arsch habe. Sind die hier durch die Wände? Alter. Äh. Also ich glaube ich habe alles am Arsch. Glaubst du? Ich verschaff mir mal. Also ich seh nur noch. Ich verschaff mir mal einen Überblick. Ich hab nur noch ne grüne Groupie Band hinter mir. Boah. Okay vom Dach sind sie hier. Oh ja! Ich seh sie. Alter. Du ziehst die ja richtig schön hinterher. Ja. Ich seh sie auch. Alter Schwiebel. Mit 20 Pfeilen kann ich das auch noch machen. 40 oder 50 Zombies auf einen Schlag ey. Ja. Alter Falter. Na? Und da kommt der nächste Kotzer? Grüne. Kotzer. Ich seh nix. Ich bin besoffen. Okay jetzt sind sie mit Jungen. Ich hab's Schaden genommen. Ne scheiße. Ich hab ein paar abgelenkt. Ah ok. Jetzt wird's kritisch. Ach jetzt wird's kritisch. Ja. Da bin ich ja beruhigt. Das ist jetzt erst kritisch. Holy shit. Wie viele Leichtig sind das? 40? Ah da. 12 FPS. Da kann ich ein paar rausrennen. Ah und der Fugger kommt schon. Einer ist dabei im Hotel. Ja. Ja. Ja ja. Ich kämpf beim Hotel. Ich verteidige das Hotel. Willste auch noch ein paar andere haben? Ich hab ja noch was am Hintern. Ne ich hab hier auch Leichtiges irgendwo. Okay die Treppe hätte man sich nicht angenommen. Da hat der Spider einen Olympischen Sprung gemacht. Ja klar noch mal zwei Grüne vor mir. Ja du. Wieso hab ich den jetzt kalt verdammt? Will den nicht. Wow. Das gibt's doch nicht. Alter noch mal einer. Wo waren sie denn jetzt durch? Boah. Oh ja. Jetzt wird's lustig. Ach du Scheiße. Wupp. Definiere mir mal deine Art von lustig. Lustig. Oh. Lauf Baby. Lauf. Du kannst doch laufen oder? Oh nein. Oh Gott. Ach das war nur ein normaler Ferala. Das war kein grünleuchten. Den können wir mal blätten. Hm. Ach so wer läuft denn hier mit? Mit mir mit? Holy shit. Oh Brause. Was? Ne. Ne. Oh Bräuwolf. Also einer ist da richtig schnell dabei. Ich laufe hier gerade voll olympisch die ganze Zeit irgendwelche Kreise um die Base rum. Oh mir wird kalt. Oh meine Gloobies. Aber ich glaube es sind schon weniger leuchtiges. Nur noch ungefähr 20. Also Bräuwolf ist bei mir. Das ist schön. Ja. Ja ich suche jetzt mal einen Rucksack. Ja. Warte. Warte. Ich helfe dir mal. Hier sind ja nicht so viele Farale. Ne. Halt ein ganz normaler Donnerstag. Immer auf den Kopf ziehen. Ja. Probier das mal hier so besoffen. Warum ist es mir so kalt? Oh shit Frau Schmidt. Alter. Nicht euer Ernst. Ja ne. Ich kann überhaupt nicht hinbogen. Doch. Ich treffe immer irgendwas aber das ist auch nicht schwer wenn du so eine Horde hinter dir hast. Habt ihr da immer noch so viele Farale? Äh. Ich sehe noch viel grün. Naja. 6, 7, 8, 9. Grünes. Und dann könnten wir noch was anderes. Okay. Boah. Alter Schwede. Aber die Hütte hat gehalten. Die Hütte hat gehalten. Die kamen ja gut durch. Die durften ja nichts kaputt machen. Also mussten. Ausdauer. 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 Danke. Oh. Die wollen die Hütte immer noch weiter auseinander nehmen. Wer kommt auf uns zu? Ist das der Brause? Ist das der Brause? Ich komme auf euch. Ah. Ich habe einmal angegriffen. Einer liegt. Ich habe einmal getroffen. Das war es aber auch schon. Noch einer liegt. Ich muss den anderen. Und dann. Wo habt ihr die ganze Money noch hier? Äh. Aldo hat sehr viel Schrocken Money gehabt. Oh. Ja. Oh. Da hinten ist noch ein Killerhase. Der Killerhase ist mir jetzt zieh kahl. Das ist mein kleinstes Problem. Ich würde gerne bis äh. Ich bin tot. Bis 6 bis 12 Uhr noch ohne zu sterben jetzt weiter machen. Was? Bräuwolf. Was machst du da auf dem Felsen? Äh. Weinst du das wird dir weiterhelfen? Bräuwolf. Ja gut. Gegen Spider nicht. Aber der Rest. Jetzt kommen sie auf dem Felsen. Da will ich. Ne doch nicht. Jetzt kommen sie wieder zu mir. Ey die kommen auf dem Felsen. Hahaha. Irgendwie geil. Okay Jenny. Gute Nächtle. Ich hab null Munizierung. Was soll ich machen? Unsere Rampe hat wirklich gut gehalten. Bräuwolf. Jenny geht ins Bett. Oh Jenny. Gute Nacht. Träumen was schönes. Träumen von mir. Sind das hier normale? Och ja. Vorsicht Brause. Da kommt einer gerannt. Mal wieder ein bisschen was normales. Einer. 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 Ja. Einer rennt. Er erntet in der Nacht. Ist das ein Erntewolf? Ja. Ich glaube auch. Ein Erntewolf. Achso. Ist das ein Ehrenwolf? Achso. Er erntet in der Nacht. Ist das ein Ehrenwolf? Ja. Level 20. Wir können Iron Tools machen. Stimmt. Ich hab zwei Punkte. Und ich hab nen scheiß Feral gekillt. Geil. Ich hab nichts im Film. Hau ab. Hier läuft noch genug rum. Wenn ich mich nochmal erhöht. Super. Teilweise. Jetzt hab ich ne grün leuchtende. Kannst du mal ein Stück hier hin? Mein grüner Freund. Ach der geht nur. Na der ist kein Gegner für uns. Ich hör schon wieder ein Feralen. Möchte ich denn alleine haben. Sagen die einem Stahle kloppen. Toll. Stahlbarren. Ich dachte ich hätte jetzt nen schönen Loot im gelben Sack. Alter Boom Headshot ist der geilste Skill. Boom Headshot. Okay. Hier ging sie ja überhaupt nicht durch. Das ist ja mal witzig. Weil ich hab so ne grün leuchtende gelegt. Und dann wollte sie wieder aufstehen. Auf dem Kopf geschossen. Ist der Kopf weggelegt. Alter haben die hier unten alles zerlegt. Der ist ja gar nichts mehr. Geil. Das hier läuft nix mehr. Die haben die ganze Wand weggekloppt. Der macht schon mal Schaden. Nächster Ferala. Und 10 Eichen Stahlpfeiler. Das reicht doch. Glammster hoch Lady. Burnst du auch so auf mich. Oh da kommt einer hinter uns. Aldo Vorsicht. Oh. Ich kann mir zwölf Pfeile machen. Hast du schon mal mehr als ich? Ein Pfeil. Der hat aber schon vorher was abgekriegt. Pfeile? Ich hab immer noch 146 ein Stecken. Ja. Könntest du mir immer abgeben. Ich hab noch keinen einzigen Pfeil. Wo bist du denn? Am Kampf mit den Pfeil. Am Kampf mit den Pfeil. Da hinten. Okay. Ich komme. Einmal liegt er jetzt. Boom Headshot. Das ist immer noch Muni. WB. Einen Stahlpfeil habe ich noch. Achso. Du schaust über den TV. Alter ist der Pfeil. Oh das war ein guter Schlag. Oh. Oh. Er ist down. Pass auf. Ich auch fast. Ich brauche die Pfeile. Sonst kann ich hier überhaupt nicht mehr packen. Hat noch jemand was zum heilen? Warte. Gib dir eine Pfeile. Hier. Na hier auch. Vor mir auch. Ah da. Ja. Danke. Oh das sind jetzt normale. Ja sieht normal aus. Ja. Da kann ich mich gerade mit den Health Points reinwagen. Gucke gerade. Ich habe leider nichts zum heilen. Schade. Keine Painkillers. Äh. Ich habe noch eine Bandage. Ja eine normale habe ich auch. Aber die Heile. Ja eine Heilebandage. Echt. So. Achtung. Hier. Das Pfeil. Da ist noch jemand. Ja. Danke. Boom. Headshot. Geiler. Geiler. Geiler Skill. Jetzt haben wir jetzt haben wir Ruhe. Ein bisschen. Ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch hier. Äh. Ja. Die Heilebandage ist ganz gut. Ich bin schon wieder über 50 wenigstens. Okay. Bräuwolf. Bräuwolf ist irgendwo am Arsch der Welt. Die eine Reihe hier haben sie gar nicht angekratzt. Die andere haben sie komplett zerlegt. Und da vorne haben sie am meisten kaputt gemacht. Ja das muss ich mir gleich erstmal angucken. Ich hole erstmal. Haben wir doch gut überstanden. Ja relativ. Ich bin ja auch nur. Wie viele? Fünfmal gestorben. Viermal. Hier auf dem Dach liegt noch ein Rucksack. Ich habe ihn noch nicht angeklickt. Nein. Achso. Dein zweiter Tod. Oder was. Oder dritter. Vierter. Weiß ich nicht. Wir haben die Spikes ihnen richtig schön leer geräumt. Muss man sagen. Ja. Wir machen uns zum Ziel die Spikes alle wegzuräumen. Gut. Die inneren waren ja auch nicht aufgewertet. Das stimmt. Aber es waren immerhin so um die 80. Ja. Trotzdem. Die waren ja nicht aufgewertet. Also der Aufgang hier war definitiv ein Fehler. Ähm. Da sind sie rüber. Da sind sie rüber. Das war der definitiv. Der hat mir zweimal das Leben gekostet. Der schon mal. Ja. Ja. Das war der Armageddon. Achso. Köche. Sorry. Herr Brause. Sind sie etwa gestorben während sie AFK waren? Nein. Ich bin noch nicht gestorben. Aber. Wir sind ja nicht im Dschungel und ein schwarzer Panther kommt. Nicht? Arsch. Nur meine. Ja. Unvergesslich. Unvergesslich. Ja. Viel schlimmer finde ich immer noch die Nummer mit dem Minibike. Das war so richtig. Die Sache die mich eitert. Aber. Bevor mir gleich irgendeiner einen Headshot verpasst. Nein. Hier. Tode. Null. Ja. Ist gut. Ja. Super. 675er Game Stage. Ja. Also ich hätte ja auch noch nur einen, wenn die nicht hier durch die Decke gekommen wären. Da haben die nicht durchgekloppt. Ja. Das war das große Böse. Also. Das ist der Unterschied zu Alpha 16. Bei der Alpha 16 wäre das safe gewesen. Und hier kamen sie mit drei Glysis und drei normale runter. Achja. Ja. Ah. Dann äh. Ja. Ja. Spaß gemacht. So. Und. Warum sollten wir jetzt auf. Wo war jetzt das ab 1 Uhr Aldo? Ich habe jetzt irgendwie. Um 1. Um 1 Uhr sind die hoch gekommen. Achso. Nein. Wir haben da für ein Dach nie was einbauen. Weil Vanille halt. Mhm. Oh. Da mache ich mit. Ich probier's. Ja. Blöd ist ja wenn man im Rückzug ist und schießt und irgendwann merkt man nicht mehr. Und dann sieht man scheiße keine Muni mehr. Ich probier's auch mal. Oh. Ne. Da ging noch was. Ey. Der hat immer noch Muni. Ich glaub's nicht. Ja. Aldo. Äh. Ich hab sogar noch mehr Muni. Wahnsinn. Äh. Spider? Äh. Äh. Zombies gereicht. Äh. Wo ist Spider? Ja. Unten. An einer Garage. Ein Schuss und schon kommt ein Spider. So geht das. Wow. Ist ja wie bestellt. Naja. Hier ist er doch. Geht auch ganz. Ganz clever an den Spikes vorbei. Und kommt die Rampe hoch. Oh. Schlau. Wenn man die richtig führt dann geht das auch. Prollwolf was machst du da? Ja. War das gedacht? Nicht. Nur die drei Blöcke sollten halt nicht da stehen. Ne. Horden Nacht ist der. Ja. Hm. Ja. Horden Nacht ist vorbei. Ja. Jetzt ja. Da kommt aber der nächste um die Ecke. Der hat wieder Probleme mit den Spikes. Ups. Das war's Geländer. Holla. Herr Geronimo. So. Ich hab mir da gar nichts bein gemacht. Ach ja. Der hat mir gerade auf. Ja. Autsch. Was war das? Wer hat auf mich geschossen? Ich hab nicht auf dich geschossen. Da oben ist doch einer der. Da hat mich jemand getroffen. Wie weit kommt die Pistole? Äh. 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 Soweit nicht. Halt doch die Ecke. Schau mal. Jetzt ist Ruhe. Ach schön. Prollwolf. Ich mach doch gar nix. Ich hab doch nur Escape gedrückt. Oder was war das jetzt? Ähm. Ich hab ja gar keinen. Ne. Hab ich gar nicht mit. Jawohl. Theoretisch. Ruhe von den Leuten jetzt. Sie ist ängstigend. Jetzt kommt wieder der PvP-Part. Hahaha. Echt? Ich hab nix mehr zum PvP. Nur noch. Bein und Bogen. Ups. Ein wirres hin und her gelaufen. Ja. Ich weiß nicht was Prollwolf da machen will. Hahaha. Ich stand da eben ganz komisch immer. Wo ist er denn jetzt? Wurde es außer verbündet von Proximus entfernt? Wie bitte? Ja. Nicht dass mir jemand da hinterher kommt und mich abknallen will. Aha. Das bringt aber nicht weil dir Partien weit noch steht. Was? Sag ihm das dann nicht. Ich rede ich trotzdem noch. Sag ihm das dann nicht. Sag ihm das dann nicht. Ist doch doof. Wie geht denn das weg? Gar nicht. Mein Gott. Oh ich hab noch n Zombie gefunden. Ich hab noch zwei gefunden. Ah ne das bist du. Hahaha. Äh. Ups. So geht das. Du kramst mir die ganze Zeit so komisch rüber. Du bist der Trader oder? Hahaha. Der Trader? Ich verkauf den auf Raffaile. Nein nicht der Trader. Der Trader. Der Trader. Der Trader. Thorsten Trader. Siehst du also ein Wehr los? Der Proxy. Das ist von dem Haus. Du standst da mit Pistole in den Hand. Ich war noch nicht mal hier gewesen. Guck mal hier ist Beton. Und sagt nix. Na endlich. Liegt Beton rum und sagt nix. Ja. Ja. Hallo. Ich bin hier. Gutes Bar. Gutes Bar. Gutes Bar. Anderthalb Stunden noch. Foto von. Ja. Zambies. Ja da waren noch Zombies. Im Dokus. Zambies. Zambies. Noch mehr Zombies. Da schießt doch einer. Stimmt. Da schießt jemand. Und vor allem mit 762. Ja wusste gar nicht, dass wir noch 762 haben. Ich auch nicht. Wie geht's los? Hat da jemand was geklappt? Wollwoll. Möchtest du dazu Stellung nehmen? Wow. Er ist tot. Er hat dazu Stellung genommen. Er ist tot. Das ist doch meine Stellung. Pistole gegen 762, ne? Ich war mein letzter Schuss. Ja, 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 ja. Ja, ich bin ja nicht so mit der 762. Egal. WALJAKEN. Vier Schuss. Alter, die trifft ja gar nicht. Ah. Warum hat die nicht getroffen? Schade. Ich war zu weit weg. Ne, eigentlich nicht. Verstand dir? Deswegen bin ich ja... Ich war mindestens dreibach weg. Oh, guck mal. Hat der noch schon Munition? Ich lass mal den Rucksack da liegen. Was für Munition hab ich denn noch? Feier. 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 Fum. brause ich hab dich gerecht wo kommt die ganze money noch her verdammt das ist ja unfair aber ich bin auch auf den ding gespawnt wenn ich in der nähe vom bett spawne wenn du jetzt nichts sagst mucki ja genau genau sag mal mucki ach komm challenge time zommig mit feusten bekämpfen das geht eigentlich ganz ich freue mich auf pistolen aber du hast aber auch ganz viel schaden genommen ja ich habe von 100 habe ich jetzt noch 50 das ist 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 Vielen Dank.